Jagged ganken. Solo. Hallo, by the way. Ihr geilen Schnötchen. Hallo, ihr geilen Schnötchen. Hallo, ihr geilen Schnötchen. Motivation ist riesig, vor allem bei der Motivation ist groß. Was genau macht der da? Als wenn der mich hier killt? For what? Run! Als wenn ich ihn mitnehme. Oh, du hast ihn aber noch. Nee, das war seiner. Was war das denn für ne Aktion von dem? Ja, Jay. Oh, ich hab Shit gebaut. Oh, du gehst besser, der killt nicht sofort. Ja, aber der killt mich ja und wie wenig Leben der da mal verliert. Aber ich hab doch keinen Flash. Scheiße. Komm, ich glaub der hat richtig Bock. Hab ich zu viel gemacht. Ja, hab ich zu viel gewollt. Guck mal, schon hat sich das Platz gewendet, mein Freund. Jetzt bist du nämlich der, der low ist. Wenn du einmal raus gehst, Christoph. Der kann den ja richtig gut. Das war das so schön. Nice. Schönes Ding. Schönes Ding. Ich hab hier schon ein Deal drauf gesetzt. Ja, ne Ulti. Okay, ich hab... Na jetzt sind ein bisschen Zicken früher gemacht. Egal. Ja. Die hab ich... Ja. Ja. Ich hab keinen Mana mehr. Oh, nice, Christian. Jawohl. Das war nicht worth, sagen wir mal so. Leider. Ja, der haut die Mitte halt voll. Der haut die Mitte halt. Ja, der taus ist sofort down. Das war scheiße. Kacke. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Das ist mir geil. Ich hab zwar sowas weg zu rennen, aber wir haben alles abgekommen. Alles, was du einen Heal hast, schieß dahinter. Ja, natürlich Junge. Ja, hau alles raus. Ich renne. Sefa, was machst du? Oh mein Gott. Ich versuche die zu triggern, du Wurst. Alter. Wir werden die holen. Alter, da läuft er da erst nach unten. Wir dürfen uns nur nicht von der Ulti von ihm treffen lassen. So wie ich. Schönes Ding. Ich bin rausgegangen wegen der Ulti. Jetzt hat er wieder den Ding. Alter macht er Schaden mit der Ulti. Holy shit. Holy shit. Oh fuck. Lieber Heal. Starker Heal. Scheiße, Mann. Der Jaso hat noch 300 Lügen gehabt. Starker Heal, Peter. Ohhhh. Das Ding. Der brennt weg. Der brennt weg. Nichts schaffst du, Peter. Komm. Peter. Ohhhh. Wir verlieren halt ein Object, das noch am anderen gegen die Wichser. Nice. Den haben wir auch stark gesetzt. Den haben wir. So schnell kommt der mir nicht weg. Machste, machste, machste. Oh was. Wie viel Kraft hat dich er heilt. Ich wäre dauer zu zählt. Alter, hat er sich geheilt. Scheiße. Oh Mann. Das war echt krass. Wir könnten uns da jemanden holen. 2 gegen 1, ne? Puh. Alter. So gestannt, dass ich es nicht zünden kann. Auf der Butler brauchen wir ein bisschen Hilfe, Jungs. Oh Gott. Lipp mich auch mal aus. Lipp mich auch mal aus. Schick, 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 schick. Oh shit, ich komm aber nicht hinterher. Ich krieg ihn auch nicht hinter. Der macht uns alle. Alle nacheinander. Hätten wir gewinnen können. Das klappt. Okay, gehen wir dann jetzt mit 2 Mann Richtung Baron. Ja, wir können jetzt alle oder nichts spielen. Ja, wir müssen alles oder nichts spielen. LOL, wir haben gewonnen. Warum? Weiß ich. Was? Die haben aufgewogen. Unwinnable. What the fuck? Easy. Ihr schlanken. Nuttgemein. Haarigen. Warum? Weil die komplett reingetrollt haben. Ja. Great shot calling Jay. Haben wir gewonnen. Ja. Also, hier, ey. Also, Jay war krasser Spielführer. Easy game. Was? 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 Was geht ab, ihr Nudelsuppen-Esser und Instant-Nudeln-Zubereiter. Kommt zurück zu einer neuen Runde. Leak of Legenden. Geil. Heute bin ich mir dem unfassbar gut aussehenden Dennis Bram. Oder den Potion-Ding. So sieht's aus. Gegen Timo? Hä? Scheiße, das bin ich auf und Jay nicht drauf gewesen. Ich wollte mich doch tragen lassen. Ah, schön. Also, wenn wir eine schöne Teamfight-Komposition haben, dann zerstören wir hart. Also, mein CC, Sepp's CC, Peders CC. Dann ist alles gut. Du kriegst ja auch ein bisschen CC. Brauchen wir nicht. Brauchen wir schon nicht mehr. Okay, okay, okay. Bram macht einfach auch noch Damage. Man weiß doch, was... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub, wir wurden gegankt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich fehl Flash auch noch. Heal. Peter, komm runter, komm runter. Nein, wo rennst du hin? Wofür sag ich denn? Ich komm... Ja, dann stirb halt. Komm her. Jetzt komm... Komm zu mir. Das geht nicht. Warum nicht? Oh Gott. Ja, weil der mich crowd-coach-rollt hat. Na, schon mal wieder worst. Er ging so Nubbles. Machste einfach nix. Ich hab dich nicht gehört, weil du so normal geredet hast, während ich rumgeschrien hab wie ein Profi, ja? Du musst dich meiner Stimmung anpassen, damit ich dich hören kann. Okay, ich versteh das. Da fliegen 73.000 Sachen auf mich drauf. Also hier steigt auf jeden Fall direkt von Anfang an die Party, ey. Das war ja schon mal mega. Was ist denn das für eine Party? Ey, das ist scheiße. Das Fliege fliehen. Oh, die Kindred hätte gerne hier. Das Fliege fliehen. Ich komm mal zu. Nein, da haut die mir Schaden! Toplane nochmal. Das ist nicht cool. Ja. Oh mein Gott! Timo muss natürlich auch noch gebabysittet werden. Ist klar. Was ist noch hier übrig? Peter, Alter. Haben wir. In Ernst? Nice. Hat er den gegrillt? Ne, ist unser auch noch. Oh, schön gespielt. Ja, ja. Richtig. Nice. Und alles. Da jetzt. Clara Hilt, ey. Botlane kann nicht kommen. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Das war ein klarer Hit. Nice Bomb. Das war ein klarer Hit. Kannst du über die Wand gespringen? Alter, die beiden aber Botlane sind schon cool. Ja, ich komm wieder zurück. Jetzt komm. Turn. Turn. Schon rein. Nice. 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 Double Kill. Frei. Ich weiß halt nicht mal, was Syndra's Attacken sind, Alter. Das ist ein Midlaner für mich. Keine Ahnung, was die kann. Kugeln werfen. Ist das die, die du spielst, oder ist das unser Gegner? Nee, das ist das, was die ganze Zeit Bälle wirft. Fehler. Das Fliegeding, was ich abschießen soll. Ja. Hau das. Das Fliegeding. Ja, meine Kuse, dann machen wir mal wieder und... Oh mein Gott. Nein, Jay stirbt mich. Okay, Alter. Was ist denn da? Ja, ich werde auch zerstört auf der Botlane. Ja, ich werde auch zerstört auf der Toplane. Ja, aber ich bin hier emotional bei der Sache dabei, Christiane. Kann der Tower mal was machen? Ja, Chrisse, Chrisse. Warum hast du den denn nicht attackiert, Peter? Ja, ich habe alles attackiert, weil ich gesehen habe. Die drei Champions hast du Augen zugehalten, oder was? Nee, auf die Champions bin ich auch gegangen, aber vielleicht auf den einen jetzt nicht. Auf den Fall, du musst den ja angreifen, der den Tower jetzt abkriegt. Fotzenfrau. Muss er haben. Entschuldigung. Mann, ey, wir stehen 0-3, Mann. Pass auf, hier ist noch ein Pilz. Oh Gott, du krass, so viel Damage. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Oh nein. Peter, Alter. Ja, wir stehen auch nicht so in den Zünden, Alter. Du bist gezogen und bist instant tot. Ja, dann musst du das machen. Alter, weiter, 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 weiter. Alter, hier bleiben, hier bleiben. Leute, wie geil war das denn? Du kannst doch nicht eine Ping von zwei Sekunden oder drei Sekunden haben. Der Kindwirt hat uns gerettet. Der Kindwirt hat uns gerettet. Jetzt hol dir rein. Haben wir. Schönes Ding. Oh, schon. Oh, Autsch. What? Du sagst Autsch? Ich bin gestorben. Ja, mit dich meint ich Autsch. Stopp, ach komm schon. Komm, ihr. Mann, das kann nicht sein. Nein. Da komm ich nicht hin. Oh, J. 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 Sepp, du musst irgendwann noch rein. Oder nichts, Mann. Aber hier rum stehen ist euer. Oh nein. Das wollte ich nämlich vermeiden. Ja, aber du läufst die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, um auszuweichen. Wir wollten erstmal clearen für die, für die Fuck Vision. Damit wir keine Pilze hier haben. Aber es, ja. Es ist. Ah ja. Aber er muss auf die gehen. Ich krieg hier. Ich krieg hier. Genau, das ist nämlich das Problem. Komm. Ich kam nicht hinterher. Peter, ich sag mal so, der wird uns zu Foto kalt. Das war jetzt gerade echt, Peter. Ich war auf euch allen drauf und ihr seid mir alle unter dem Finger weggestorben, wenn ich Chirurg wär. Alter, der ist Level 14. Der, äh. Der 15 der Timo sogar muss. Alter. Der ist weggekommen. Der ist weggekommen. Der will den Kill haben. Krieg ich da auch. Oh, das kann ich noch machen. Komm, Peter, komm her. Peter, komm rein. Komm auf Jay. Alter, der töte dich. Alter, ich hätte das nicht gemacht, Junge. Ich bin ein Killer. Never. Ich bin ein Killer. Never. Okay, bot dann gepusht. Krasser Scheiße. War auch schon, äh. War schon ein schönes Leben bei Bram. Ja. Es ist durch. Das sah bei mir so aus, als wärst du besprungen und beim Aufprall gestorben. So ähnlich war es auch. Ich hab mir den Fuß angeknickst. Ja. Also, wenn wir ne schöne Teamfight-Kommosition haben, dann zerstören wir hart. Ich finde, die hätten ruhig mal aufgeben können. Boah. Das stimmt. Ja, belastend. Aber im Jahr 2000 sind, äh, Kokainspuren im Deutschen Bundestag entdeckt worden. Und wir wollten mit dieser Folge noch aufmerksam machen. Im Jahr 2000. Ja. Krass. Wir wollten mit dieser Folge jetzt nochmal darauf aufmerksam machen. Alter. Great leadership hier, Alter. Great leadership. Ja, aber war wirklich. Am 2.11.2000, um genau zu sein, ja. Lass die damit nicht durchkommen. Das muss doch analysiert werden. So, das war unser politisches Statement in Form von LOL. Haut rein. Und tschüss. Tschüss. und tschüss.